moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch weil wenn ich mir was kaufe dann ist das natürlich auch für euch da draußen weil ja ich mag es einfach euch zu demonstrieren was ich mir so alles vereinballer was ich mir so alles gönne und was ich auch im prinzip ja auch brauche in diesem fall für meinen kanal weil ich habe wie ihr hier seht diese ausleuchtung die jetzt schon seit ungefähr einem halben jahr stattfindet die geht ja nicht einfach so da braucht man led spots für habe ich ja auch schon gezeigt was ich dafür benutzen und bei einem der dinger ist mir echt aufgefallen das teil geht so nach einer halben stunde video aus ist okay vollkommen okay nur für so einen professionellen video power typ wie mich ist es zu wenig und deshalb habe ich mir das hier geholt diesen schönen karton er ist wirklich ganz toll geformt wie ihr seht er ist neutral gestaltet und hat einfach nur ein vierechiges dasein ein quadratisches dasein mit einem schönen taserband obendrauf sehr schönes teil nein es sind zwei npf 970 pixel kamera akkus und eine ladestation oh yeah 8400 milliampere stunden für sony npf f 970 f 57 50 f 7 7 0 f 9 60 f 5 50 f 5 30 f 3 30 f 5 70 c c d c s c 5 50 t r 5 16 t r 7 16 t r 8 1 8 t r 19 t r 9 17 und so weiter für blitzgeräte für videoleuchten und für es viel monitoren das ist nämlich so ein standard der an ganz vielen spiegelreflexkameras zur energieversorgung da ist und natürlich auch an meinen led spots die hier gerade schön licht machen so wir schauen uns an was drin ist wir haben also hier den battery charger pixel enterprise limited oh das heißt paket nummer eins aus dem wildschönen karton dann haben wir hier lade einheit alles klar und zwei akkus und register for warranty okay alles klar garantie karte also so jetzt gehen wir weiter und schauen uns an was wir hier haben wir haben also erstmal wie ich schon sagte ein ladegerät das ladegerät ist ja gut ein schönes fettes teil weil es hat ein input von 100 bis 240 volt das heißt also es ist europaweit nutzbar 50 bis 60 hertz haben wir auch 0,6 ampere output kommen 15 volt 2 ampere so gut so wir haben einen ganz normalen stecker das ist schon mal schön also ladegerät ist dabei mal hier oben ladegerät ist immer wichtig weil mein ladegerät gerade das wird über usb micro usb geballert und ja da kommen nicht so viele power sachen rüber deshalb habe ich mich jetzt hier entschieden weil hier einfach fast charging angesagt ist das wird schneller laden und effizienter sein das ladegerät ist dafür da um die akkus die da noch verpackt sind aufzuladen die werden hier oben eingesetzt und dann haben wir 1 channel 2 und dann haben wir hier die ladeauslastung die gerade am start ist von der rückseite her sehen wir zwei nippelfüßchen wir haben hier cfc ross und recycle bar und also alle wichtigen sachen die so abgehen sollten sind hier nämlich auch vertreten sicherheitszertifikate et cetera das heißt also wir haben hier auch ein überspannungsschutz und überladungsschutz und tätere tätete also wir haben also ein ladegerät dabei mit energieversorgung und dann kommen die akkus hier sind die akkus das sind ganz schön dicke dicke tiere wie ihr seht die guten alten dicken fetten akkus sind am start die f79 8400 milliampere wo steht es da 8400 milliampere ich gehe näher dran damit ihr es auch seht 8400 milliampere stunden oh yeah 7,4 volt das ist der standard und wir haben 62,1 watt stunden und es sind lithium ion akkus das heißt also voll modern am start hier wenn die voll sind dann wird grün angezeigt wenn sie im ladevorgang sind gibt es ein rotes licht auf dem ladegerät das gerät ermöglicht beide akkus gleichzeitig aufzuladen das heißt wir packen mal ein aus meine güte diesen ja voll festgeschweißt hier warum habe ich denn hier nicht mal irgendwas zum öffnen dabei mit also wir haben ein doppelladegerät für die sony ccd tr serie und für die ccd tr serie das heißt wir können dort auch die sony akkus dann mit laden ja das muss jetzt mal aufschneiden dann geht es weiter infolytium serie ist auch mit am start also wenn ihr die haben sollt könnt ihr auch benutzen ccd sc serie ist mit dabei die dcr tr 7 serie die dcr tv serie die dcr vx serie und alle ringlichter und kameralichter werden hier rüber support weil das einfach so ein standard ist in der fotografie und dem filmbusiness wir haben also hier micro usb und steckdosen ladegerät stecker also wir können hier beides dran ballern da ihr müsst halt nur den stecker dafür haben von eurem micro usb das wäre auch möglich könnt ihr also wählen aber ich bevorzuge immer das oldschool über die an über die stromversorgung im haushalt zu bewähren so dann der zweite man kann sogar nur mal so nebenbei man könnte sogar ein auto im auto laden also ihr habt ein 12 volt stecker und könnte den 12 volt stecker dann auch hier rein stecken also wenn ihr unterwegs seid habt irgendwie draußen ein videotermin oder ein filmtermin habt keinen saft mehr dann könnt ihr auch dieses ladegerät am 12 volt netz betreiben dann muss natürlich dann aber auch hier wieder ein ac adapter davor geschaltet werden so wir haben also der erkennt automatisch die batteriespannung und verhindert dadurch überladung über temperatur über strom über spannung kurzschlüssel und elektronischen schlag also gegen alles ist es abgesichert was so abgeht außerdem selber darum ist ja auch ein mantel aus plastik also nicht leitfähigen material denn die kontakte selber sind ja nur hier vorne zugänglich da und hier an den seiten das heißt also wir haben deshalb ja auch hier die möglichkeit dass an zwei punkten anzusetzen wir es gibt ja welche die so rein stecken beziehungsweise welche die den strom so abnehmen deshalb ja auch diese große breite gefächerte nutzbarkeit dieses akku packs wir haben also hier in dem set haben wir ein akku ladegerät das ist dort hinten dann haben wir das kabelchen das hier reinkommt sagt so ist dann ausgeladen und wir haben die zwei fett krass dicken akkus mit der hohen leistung also wir haben riesen kompatibilität wir haben die sony ccd rt die high 8 serie dabei komplett mini dv serie dc rt rv also alle mögliche ich schreibe euch unten mal in den dingern rein wofür die alle geeignet sind also wir haben wirklich 30 watt eingangsleistung 4,5 stunden ladezeit um sie voll zu machen wir 8400 milliampere stunden und das zweimal große akkukapazität und die teile passen wie gesagt in die ganze sony geräte rein und natürlich auch hier in meine ich zeige es euch in meine 1 wird jetzt ausgemacht licht geht weg und da passt natürlich auch ein zack weg und ich zeige euch könntet den auch noch da laden einfach rein nach oben weg schon ist er drin das ist jetzt mein kleiner süßer akku der hat 2200 und hier gebe voll ab 2200 auf 8400 8400 das heißt dieses licht hier was doch immer ja immer mal wieder sein geist ausgibt kann dies hier mit dann richtig lang am start bleiben wirklich cool und sehr sinnvoll wenn ihr dann geladen habt einfach reinstecken dann könnt ihr wieder aufbauen und das licht geht wieder an so also ganz easy einfach rein schieben ich habe es euch ja gerade am beispiel des anderen akkus gezeigt wie so ein ladegerät funktioniert wenn das ladegerät fertig ist seht ihr 100 prozent voll an 100 prozent und es leuchtet grün dann könnt ihr direkt abgehen das teil dran ballern und dann scheidewitzka das wird lange halten und das war ja auch meine intention dahinter ein dickes fettes akkupack zu haben um nicht nur eine halbe stunde mal hier mit euch reden zu können oder was aufnehmen zu können weil das im letzten im projekt von der von von der muki bude da habe ich vielleicht noch habt ihr gesehen da habe ich eine eine handelbank aufgebaut und das ging über stunden und ich musste wirklich zwischendurch immer wieder den kleinen akku aufladen 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 und konnte nicht so durchballern ich denke mal hier einer von denen hier hätte gereicht um die ganze zeit mehr power zu geben dafür und ihr habt noch einen reserve natürlich was was euch klar sein muss diese hohe akku power ist das hier ist ein standard die größte größten unterschied also ihr habt da ja auch eine für für eine massive hochpowerung der der energieausbeute und der länge das heißt aber auch wir haben hier eine für mindestens verdoppelung ja bis fast verdreifachung der des platzes was ihr da braucht um das dann auch verwenden zu können aber egal hauptsache mehr power super system super geil super einfach zu verwenden und jetzt sage ich viel nach fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zu und zu bis zum nächsten mal zu